Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Liebes. Ich bin Mr. Cutterfinger, let's play in das Tiefstückaninchen und wir haben nur noch vier unterernährte Leute. Das ist doch schon mal schön und ich würde gerne mal das hier dran bauen. Dann kann ich nämlich das eine Forschungslabor hier knicken. Dachte ich. Ah, so. Jetzt können wir nämlich den hier abreißen. Das bringt uns nämlich wieder Stahl und Concrete. So. So. Upsala. Und das Klonen ist gefailt, ne? Ist klar. Ach, warum sollte es auch klappen? Derweilen bauen wir hier hoffentlich jetzt bald mal unseren Lichttower, unseren nächsten, damit wir auf dieses Rare Habitat zugreifen können zum einen und wir müssen hier auf dieses Iron Ore Deposit zugreifen. Das ist ja unser Ziel, deswegen arbeiten wir uns gerade lichtmäßig hier vor. Und wenn ich jetzt noch einen Crewmitglied mehr hätte, würde ich ja wieder vielleicht, ich müsste drei haben, damit ich eine Expedition losschicken kann. Wir haben auch das Problem, dass wir kaum noch Kohle haben, das heißt eigentlich müssten die Nächsten hier in die Kohleextraktion mit reingehen. Das heißt aber auch, weil wir so viel Kohleverbrauch haben, dass wir erst einmal dieses Efficiency-Forschung machen müssen, dass die Kohlegeneratoren weniger Kohle verbrauchen, zwar nämlich 40% weniger. Und damit verbrauchen sie nämlich nur noch sieben. Schon mal deutlich weniger als vorher. Während wir echt viel Forschung haben. Ich hätte halt gerne noch einen weiteren von diesen, ähm, richtigen Forschern hier. Die halt nicht so lange leben, müssen wir mal ganz ehrlich davon reden, ne? Und dann haben wir nämlich ein kleines Problem, wenn die weg sind. Ach, guck mal, so. Was ist das? Small Concrete? Okay. Wo auch immer der herkommt. Okay. Und was haben wir jetzt hier? Leatherback Turtle. Rare. Selten. Lass mich raten, auch dafür brauche ich bestimmt wieder fantastische Köder. Und hier haben wir unsere Mine. Wo ich nicht mit Licht hin. Wo mein Licht gerade nicht reicht. Ne? Es reicht gerade nicht. Und leider reicht mein Strom auch nicht. Gerade nicht. Schon wieder Cloning fehlt. Hier habe ich aber... Das heißt, ich müsste noch mehr Marine Stabilizer aufbauen. Was ist das? Was ist denn? Our sonar ist picking up something moving above the research facility. Bitte Mach nie wieder diese Geräusche Nie wieder Vielen Dank Das ist ja nämlich so hart an Sphere Boah der Film Sphere war so gut Das war so ein toller Film damals We don't have an ID in the target Yet But it's all unusually large Es ist eindeutig nur ne Alter Okay Alter Animalie detected Ja schön Was soll ich da jetzt tun? Our generator has been attacked Ähm 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 Sind das Hände Und die Hände Zum Himmel Ja ne ist klar Ähm Hilfe Raus 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 Leute Ihr werdet angegriffen Oh mein fucking Gott Das war eindeutig nur ne Einbildung Geh doch weg Geh doch weg Geh doch weg Was bist du? Cloning fehlt Ja nö Du Ganz ehrlich Leute wir haben gerade echt andere Produkte Gott alter God help us all Whatever just hit us was huge Descriptions among the crew vary But we think it's a living creature We need to do measurements now Upgrade our lightning system Lighting system To output UVC light Ja bitte Ähm Bin ich dafür Wo Warum Habe ich das nicht schon vorher Und Das brauche ich auch Unlockability Set all lights to UV mode UVC light Can deterior Dangerous fauna But power costs increase As Oh Gott Auf jeden Fall Trotzdem The tech's over for now Das kann nur für immer aufhören Vielen Dank Meine Güte Oh Das hätte jetzt nicht echt Das hätte jetzt echt nicht sein müssen Bin ich ganz ehrlich Das meine Güte Kommt Kommt Dann Uiuiuiuiuiuiuiuii Brauchst du das jetzt mal hier? Die Stahl ist doch da Oh Nur noch Ach Bor Oh Achso ich kann das hier anmachen U-UV-Mode ist de-abled Fuel Consumption increased Okay Äh, wir Oh Gott, warte, ich bin völlig aus der Was wollte ich gerade tun? Ich wollte irgendwas forschen Was ist Submarine Command? Er hat mir Building repairs and allow exploration Submarine to recent exhibition Okay Schön und nett und so, aber nein, danke Tönche extractor, schöne Sache Forna capture rate Module, achso Ähm Achja, ich wollte hier Das machen, wegen recreation So, das würde auf jeden Fall schon mal Geil, okay Wenigstens eine Person Das würde wenigstens hier schon mal die Leute versorgen Nein Du hast dich im letzten Moment bewegt Du Aber das geht ja nur um Arbeitsplätze, ne? Okay Das heißt, jetzt muss man wirklich eigentlich gucken Dass man die möglichst dicht beieinander wieder baut Damit solche Gebäude möglichst viel Raum haben Und den kann ich aber nicht anmachen, weil ich da keinen Strom habe Heißt Wir müssen ein weiteres Kraftwerk bauen Wenn wir ein weiteres Kraftwerk bauen Haben wir aber wieder nicht genügend Personal Und hier müssen wir jetzt auch mal wieder aufhören Warte mal Mach du mal auf Du gib mal auf Und dafür müsste ich jetzt nämlich eigentlich noch einen bauen Und am liebsten wäre mir hier irgendwo hier Was ist das denn aber eigentlich? Hier Kohle extract Mir doch egal Ich hätte gerne einen, der so gebaut ist Dass ich die Dass ich mehrere davon abdecken kann Und hier nicht jeden einzelnen davon Dass halt nicht jeder einen braucht Weißt du, das ist doch auch super ätzend So So The recreation Ist da Aber produzierst du jetzt Recreation? Ist doch ein Recreation Building, oder? Weil es steht Provides Recreation Gibt es hier eine Gibt es hier eine Ah, Recreation Ach, guck mal Ach du Scheiß Das heißt, ich müsste eigentlich noch hier einen hinbauen Und hier oben einen hinbauen Und hier unten einen hinbauen Kann ich das so platzieren, dass der Kann ich leider nicht Oh, das ist ja mal richtig kacke Machen wir das so, dass wir nach da oben noch Platz haben Um uns zu erweitern Wenigso ein bisschen Ach, was jetzt? Ach ja, Strom Ja, 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 ja Ich weiß doch auch, dass wir Probleme haben Weil der jetzt hier hinten Das ist immer noch nicht an Wollen wir den aber erstmal noch ausmachen Das frisst uns nämlich Strom weg Den wir gerade noch nicht brauchen Während das gebaut wird Hoffe ich Okay Ist das doch kein Strom? Reiß das so Strom? So, jetzt haben 50% Haben Zugang Okay Crew Breakdown 13 von 26 Cool Das ist doch schön Das ist doch schon mal fast eine schöne Zahl So Die forschen hier fleißig Pass auf Ich mache mal ganz kurz den aus Ne, warte Der wird wieder an Wir nehmen den Warte mal Ach nee, wir können das auch noch mal Den hier Damit kriegen wir nämlich jetzt hier mal langsam ein paar mehr Leute Und Da müssen wir auch langsam Ach Gott, jetzt geht das halt echt los Das ist halt echt dieses Ding Wir haben so viele Probleme So, wir produzieren sieben nur davon Warum produzieren sieben? Sieben von sieben Na toll Das heißt Wir müssen auch da noch weiter forschen Haben wir denn da noch was Was wir forschen können in diese Richtung? Reinforced Weiß nicht, ob das was erhöht Aber machen wir jetzt mal Oil Drill 270 Wie viel kostet das? 300 Pass auf, ich warte jetzt mal bis ich 300 zusammen habe Dann machen wir jetzt hier 3 Ich brauche eigentlich auch noch Diesen Sonartower wieder Ja, ja, ja Oxygen is at full capacity Ist mir doch egal Das kriegen wir schon hin So, jetzt haben wir die 300 Jetzt können wir nämlich die tier 3 Ich müsste auch eigentlich noch hier den Den Outpost forschen Und das Dock Und so Aber dafür habe ich einfach momentan keine Keine Kapazitäten Bin ich ganz ehrlich Dann haben wir noch Zugehen zu allen Forschungen Power Efficiency Modul Ich kriege weniger? Huh? Huh? Was Was haben wir denn hier noch Schönes? Advanced Coil Generator Coil 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 Dafür brauche ich jetzt aber das da Was auch immer das schon wieder hier für ein Schnibbel ist Und das hier Braucht 70% weniger Das ist auch gut Was ist das denn? Hm 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 So, du Brauchst du da, oder? Natürlich Cloning fehlt Nur klar, warum auch Warum auch nicht? Puff 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 Warum auch nicht? Wieso habe ich nur zwei Generator Outputs? Ich brauche halt hier irgendwie noch die Die, 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 diese, diese, ähm Engineers Die brauche ich irgendwie noch Ich hätte gehofft, dass ich hier rüber jetzt was bekomme Aber Ich weiß nicht, warum der hier nicht baut Liegt das an dem fehlenden Strom? Ist das das, also an dem fehlenden Licht? Ist das dein Problem, dass du nicht bauen kannst ohne Licht? Ist das wirklich dein Problem? Cloning failed Das ist das Ding, ich müsste ja noch einen weiteren davon bauen Wenn ich jetzt aber das mache Haben wir das Problem, dass wir halt Keine Kohle bald mehr haben Bitte? Nein Nein, 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 nein Hier wird kein Angriff stattfinden Veto Keine Kohle Das ist ein, das ist ein guter Alert Der kann bleiben, bitte Was war das schon wieder für ein Geräusch? Ich panik hier in der Dunkelheit gerade Immer fail Immer Wie soll ich denn hier vorankommen, wenn du immer failst? Okay, pass auf, wir bauen den Outpost jetzt mal Das ist ja jetzt offensichtlich das Das neue Ja, shit Und es gibt dieses eine Biom, welches wir Bestimmt noch auf der Karte parat haben Wir haben noch Warte mal Haben wir nicht ein Biom analysiert? Doch, das hier Ach, ich muss Oh, ich brauche mehr Crews Damit ich die entsprechend hin Untersuchen kann Diese ganzen Stellen Ich brauche mehr Leute Aber ich brauche auch dafür mehr Oh Mehr Häuser Ja, endlich mal wieder jemanden Wo, 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 wo Abelstreet? So, genau Jetzt haben wir nämlich den Strom wieder So Und jetzt haben wir hoffentlich Ach, jetzt muss ich ja mal wieder warten Bis wir wieder die Bis wir hier die Weiteren Leute zusammenbekommen Auf das wir nämlich Ne, ne, ne Ne neue Tour machen können Das sind jetzt zu wenig Das sind nur 24% Aber das heißt Die drei Warte mal Du kannst erstmal wieder mit in die Forschung gehen Und dann nehmen wir die beiden Die hier Das heißt Wir müssen jetzt doch Diesen Da kann ich jetzt nicht mehr noch rum Ein Zona Hinbauen Ich baue das mal hier hin So Und du mein junger Padawan Gehst jetzt mal auf Entdeckungstour Nach Da Was ist das? Ein Crew? Und zwar Unemployed Unstabilizer Kohlekamerator So 100% Äh Go, go Viel Erfolg Nein 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 Nicht jetzt Nö, nö, nö Wo? Nein Veto Will ich nicht Das könnt ihr mal schön bleiben lassen Aber noch eine Stelle für Kohle Fällt mir gerade nämlich ein auf zu Das wäre gut Wenn wir noch eins hätten Was Kohle abbaut Ist da dann Konkret Hier ist wieder Kohle Achso Das fällt da Das ist ja nicht so Will ich viel Aber egal So Kohle ist cooler Die ist nichts mehr Ne, Konkret ist da noch Okay So, wo ist jetzt hier Nicht bei unserem Schiff hier, ne Nicht unser Nicht unser Kleiner Der unterwegs ist Ich würde sagen Das finden wir beim nächsten Mal raus Wo der Angriff kommt Den wir gerade hören Und wir müssen eine Oil Whale finden Vielleicht bauen wir beim nächsten Mal auch einen Outpost schon Wer weiß Vielen Dank fürs Zuschauen Euer Kanidchen Tschö, tschö Hat dir das Video gefallen Und du willst mehr sehen Werde ein Abonninchen Willst du schon eines So lass doch eine Pfote nach oben da Danke Cool Tschö Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020